Ich glaube, dass sich das Studium des Vertriebs lohnt, weil einmal wir über eine Branche reden, in der man tätig sein kann, die extrem groß ist und auf der anderen Seite, weil es Fähigkeiten vermittelt, die tatsächlich im Vertrieb von morgen benötigt werden. Der Vertrieb von morgen geht über das Relationship Management hinaus, weit hinaus. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, sich damit auch ein bisschen auf theoretischer Basis auseinanderzusetzen. Eine gute Karriere im Vertrieb ist wahrscheinlich eine Karriere, die über viele Stationen führt und dem Kandidaten erlaubt, eine ganz große Bandbreite von Kunden kennenzulernen und den Dynamiken, die damit einhergehen und die dann idealerweise zu vertiefen an den Stellen, die ihm besonders liegen. Die Karriere Die Karriere Die Karriere Die Karriere Untertitelung des ZDF, 2020